Eine einfache Idee kann unser Denken und Handeln manchmal stark beeinflussen, wie wir arbeiten und wie wir den Umgang mit unseren Werkzeugen beherrschen. Ishida Europe ist voller Ideen. Ideen, die uns helfen möglichst konkurrenzfähig zu bleiben und die ständig wachsenden Ansprüche des modernen Produktionsumfelds zu erfüllen. Aus diesem Grund haben wir unsere Kontrollwaage entwickelt. Und deshalb haben wir eine Software zur Steigerung ihres Potenzials entwickelt. Diese sichere Software namens Ishida Data Capture System, kurz IDCS genannt, wandelt die Kontrollwaage über die rein gesetzliche Vorschrift für die Berichterstattung in ein komplettes Tool der Optimierung von Verpackungslinien um. This system takes data from every pack that passes across the Checkware, stores it in a central database and then has a whole host of embedded reports, which the user can access in either real time or against historical data. IDCS wandelt komplexe Produktionsangaben in Echtzeit-Displays, Grafiken und leicht auswertbare Berichte um. Dieses leistungsstarke System erfasst und organisiert wichtige Daten von bis zu 100 Kontrollwagen. Potenzielle Schwachstellen und Einsparpotenziale können sofort in ihrer Produktion erkannt werden. For every product that passes across the Checkware, it directly computes the amount of product giveaway, both in terms of weight and cost. The IDCS provides the capability to log downtime, maybe that's for lack of product, lack of packaging material, or the machine is down for unscheduled maintenance. All of this is now logged within the IDCS and clearly that's very important information for any customer looking to optimize their packing process. IDCS bietet Ihrem Unternehmen zahlreiche Vorteile, wie erstens Steigerung der leistungsbedingten Rentabilität durch Senkung von Produkt- und Materialverlust und sorgt somit für eine Ertragssteigerung, Senkung von Maschinenausfall und Steigerung der Liniengeschwindigkeit und Steigerung der Gesamtanlageneffektivität insgesamt. Das IDCS ermöglicht die Kontrolle und Analyse der Gründe nach Schicht, Betrieb und Ausfallzeiten. Die Gesamtanlageneffektivität bietet Bedienern einen äußerst präzisen Vergleich und Leistungsvergleich, wichtig zur Steigerung der Einsparpotenziale. Und zweitens, IDCS erleichtert den Zugriff auf Schlüsseldaten zur Motivation für die Mitarbeiter in der Produktion, um die Produktionsabläufe effizienter zu gestalten und gibt einen Hinweis an Ihre Verpackungslinien-Experten für ein effektiveres Arbeiten. Das durchschnittliche Gewicht von Produkten kann mit Ihren Zielvorgaben verglichen werden und Sie haben die genauen, akkumulierten Verluste immer griffbereit in jeder Währung. Und drittens, es ermöglicht Ihnen eine Risikosenkung und Steigerung von Nachhaltigkeit durch eine vereinfachte Einhaltung der Vorschriften, Sicherung Ihrer Daten vor Betriebsstörungen, Steuerung des Datenflusses und es hilft Ihnen beim Erreichen eines papierlosen Umfeldes. Das IDCS bietet Ihnen einfache Vorlagen, die auf die Anforderungen Ihrer Organisation genau zugeschnitten werden können. Alle Daten werden auf Ihrem Server gespeichert. Über Ethernet kann auf Sie durch ein sicheres Passwort entweder direkt am Arbeitsplatz oder ferngesteuert überall in der Welt zugegriffen werden. Das System liefert wichtige Fakten und Grafiken, die Ihnen sofort Aufschluss darüber geben können, wo Ihr Unternehmen Geld sparen kann. Dank dieser Datenfülle haben Sie bei langfristigen Prognosen und Entscheidungen über Ihr Unternehmen die Fäden in der Hand. Die Vorteile sind enorm. Das IDCS wird Ihr Unternehmen und Ihre Arbeitsweise verändern. Für immer. Untertitelung des ZDF für funk, 2017